So, now we're going to switch to English. Unser nächster Vortrag ist von Erwin Ernst-Steinhammer. Und es geht um Framing. Erwin ist Aktivist bei Epicenter Works, studiert Publizistik und JUS und Politikwissenschaft. Fast, fast, siehst du. Okay. Und während er noch die Präsentation, ich finde das schön, dass er da das Europaparlament hat, da sieht man auch gleich was. Wer von euch verwendet Uber? Mal so kurz Hände in die Höhe. Man sieht es ja eh nicht im Stream. Nur eine Person, das glaube ich euch nicht. Wirklich? Nee? Okay. Lift gibt es ja hier, glaube ich, nicht. Okay, gut. Erwin ist soweit. Damit... Jetzt? Man hört dich. Test. Und damit? Medias Ries.